hallo und herzlich willkommen liebe freunde der meisinger transporter ja ich hoffe ihr geht es euch gut ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile zeit gehabt hat auch lange hin und her sind wir jetzt endlich geladen meine lieben spossfreunde wir sind auf dem weg nach nürnberg wir sind auf dem weg nach nürnberg wir haben konzentrat geladen hier bei der d log für nürnberg da müssen wir ihn da oben reinigen lassen sauber waschen und dann in der firma abgeben wenn wir bekommen dann einen anderen auflieger mit dem sposs freunde weil der lebensmitteltank 2c schon bei hannes bicker kommt der wird auch verkauft an den lkw walter und ja jetzt machen wir da die letzte tour mit dem lebensmitteltank und ich bin froh dass wir den lebensmitteltank endlich los sind dann die hoffentlich entweder plane oder kühler form so wieder grüße raus an meine sportsfreunde an die großen und die kleinen an die neu dazugekommenen und die veteranen schön dass sie den weg zu mir in die meisinger transporte gefunden habe sind die hofe gründer bissel mit diesen let's play und deuten genauso wie grüße raus gehen an meine youtube kollegen ganz besonders heute an hier an meinen projektpartner an den virtuellen chef an maesi on the road an den meister der classic trucks an traka andal jj und tour hermann im punkt der mich auch von der itl erwachsen die virtuellen trucker star ist der liebe padora die spieltane und die ganzen anderen lieben kollegen sowie harry de jong und stefan on the road was bei mir hier verlinkt sind schaut mal bei die jungs vorbei hinterlassen einen daumen nach oben ein nettes kommentar und wenn es geht meine lieben sportsfreunde schaut die videos von anfang bis ende würde uns in dieser dreier kombination aus daumen nach oben kommentar und von anfang bis zum ende schauen würde uns natürlich viel helfen im youtube algorithmus nicht nur mir sondern auch meinen kollegen und wer natürlich lust und laune hat der kunde mich und meine kollegen gerne abonnieren die glocke aktivieren so dass wenn es hier auf unseren kanälen mit etwas neuen weitergeben nichts mehr neues versammelt wird ganz besondere grüße gehen natürlich auch noch raus bevor das vergisst an meinen lieben abonnenten an den lieben sabios er ein hupper geht raus an den lieben sabios so viel zeit muss schon sein und dann hätte ich mal so eine kleine frage an meine lieben sportsfreunde und drinnen wer vorhin schaut sie eigentlich die meisinger transporte bei hannes selber weil er schließlich der chef der ganzen meisinger transport ich bin ja nur vorher und es würde mich mal interessieren wer bei jama schaut schreibt sie mir eigentlich nur hashtag ich würde mich mal so würde mich mal so interessieren immerhin im sportsfreunde immerhin im sportsfreunde immerhin im warnsignal leuchtet auch warum auch immer aber wir können ja eh in die buddien oder so jetzt ist mir der mechaniker ausschauen jetzt eigentlich ein stück mit nimmer so über münchen aussee und dass man ihm da nicht zu viel zeit verschwinden auf der autobahn nochmal das nehmen dann richtig gute aber durchs heilige land tirol nehme ich natürlich noch mit meinen sportsfreunde so da wo es denn alles gibt ja also wer von hannes die folge gesehen hat dann ranket die wird verkauft an lkw walter ich glaube da geht noch schweden auf wenn die glaube an diesen geht an der tankrohrung noch schweden auf wie ursprünglich war es ja auch noch geplant gewesen hätte in den münchen abgeben sollen laut dispo nicht laut dispo hätte ich den münchen abgeben sollten jetzt aber dicht wieder anders deswegen haben wir eben da die die verzögerung mit dem laden gehabt und ja wir schauen jetzt dass wir ihn da nach nürnberg aufgekommen und ich würde sagen hier ist die grenzen dann machen wir hier einen kurzen cut und wir sind uns in nürnberg oben dann wieder wenn ich dann umgesattelt hab und dann weiß ich ob ich ein plane oder ein kühler habe also bis gleich mal in den sportsfreunde soweit im sportsfreunde umgesattelt kühlertruhe bei der dv salat für für zürich geladen wir sind wir sind nicht schwach wir sind wir sind wirklich nicht schwach und jetzt wenn wir eben da bis zum zollhof fuhren schau mal wie es in der neuen schweiz ausschaut in einem sportsfreunde biege nach rechts ab so immer geradeaus alles ist besser als den lebensmitteltank haben wir uns ein musik dazu biege nach rechts ab geht's auf mir habe jetzt roundabout das hat besser jetzt die chance bis ende der folge ich sage jetzt mal so vorsicht selber wir haben zumindestens jetzt einmal hier das eine oder andere erledigt so auf geht's hier die schweiz das heißt wir müssen verzollen die schweiz wir haben uns und dann rechts ab wir haben uns ein kühler oder wieder im kühler so muss ich so Wiege nach rechts ab. So, auf geht's Richtung Zürich. Wenn man in die Schweiz fährt, ist das sowieso, man möchte die Fahrtour und dann wird einem vorgeben, über welchen Grenzübergang, dass man drüber muss. Also das war's halt die von den Schweiz-Fahrern von uns. Und dadurch, dass jetzt die neue Schweiz ist, habe ich mir jetzt dazu entschlossen, ich nehme ich jetzt von Nürnberg mit dazu, eben, dass man bis in die Schweiz kämmend. Mit frischem Salat. Wie denkst du nicht aus, ich fahre jetzt, wie das... Der Kaffee ruft zwar nach dir, aber... Den brauchen wir ja, den können wir ja auf der Grenze unten auch trinken. Ist ja nicht so. Kühler muss man dir mal auch waschen, ja. Vor allem, wenn es verlangt wird. Da gibt es auch die Zertifikate, weil es muss dann nicht nur Besen rein sein, sondern es muss dann Hygiene rein sein. Ich glaube, Hygiene rein hat das damals geheißen, wo ich noch Kühler gefahren bin. Da muss dann... Mit Wasser... Ich glaube Desinfektionsmittel, wo es mir... Ich komme jetzt zu täuschen, dass das... Vielleicht war es auch irgendein spezieller Reiniger. Ich habe das zwei, drei Mal habe ich das machen müssen. Speziell, wenn es jetzt so Erdbeeren sind oder Himbeeren durchgefahren sind. Da für den Konzern, wo ich gefahren bin, mit dem Kühler. Der wollte das damals haben. Wasserschlauch raus. Dass die Tirolmilch in Würgel, die möchte das nämlich auch haben. Bei gewissen Sachen, bei Krise, wenn es gelohnt. Dass das hygienisch rein ist. Da muss man halt dann das Waschen... Wasser waschen oder See waschen sogar. Vor allem, wie war das bei der Tirolmilch? Haben dann sich das gewaschen oder... Haben wir das gewaschen damals? Ich weiß gar nicht mehr. Also es gibt die eine oder die andere Variante. Das wollte ich jetzt mal so sagen. Vom Kühler her kann ich ein paar Informationen geben. Es wird dann auch bei den gewissen Produkten... Tiefkühlkosten ist so wieder dann... Dann... Da wird das dann so vorgeben. Dann gibt es noch die Kühler mit den Innenwänden. Weil dann kannst du dann zwei Zonen... Zwei Zonen Kühlung machen. Und ja, da gibt es viele Varianten. Ich habe gerade eine... Also mit Wänden habe ich damals keine komplette Sachen gehabt. Wo ich generell mit dem Kühler gefahren bin. Ferrero zum Beispiel. Bei Ferrero, die geben dir dann viel. Wenn es die ganze... Das ganze Schokoladezeug hast von Ferrero. Die geben dir dann eine Temperatur vor. Dann muss der Kühler schon auf der Temperatur sein. Also der Innenraum vom Kühler muss dann schon auf der... Entschuldigung... Auf der Temperatur sein. Was sie da viel gegeben haben. Ich glaube minus 15 Grad oder sowas. Wir sagen jetzt mal minus 15 Grad. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das ist schon... Das ist schon über 20 Jahre her bei mir. Äh... Gib es dir viel. Dann machst du die Kühler Türen auf. Dann misst der... Misst derjenige das. Und dann kannst du zum Laden fahren. Das ist ja nicht... Dass ja die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Ich weiß ich hab da bei Ferrero... Bei so einem Außenlager geladen. Dann bist du mit dem Kühler zurückgefahren. Und dann bist du reingegangen. Hast du das Tor aufgemacht. Und dann hast du erst die Kühler Türen aufgemacht. Hast du ziemlich genau fahren müssen. Dass du die Kühler Türen aufbringst. Und die Rampen noch drauflegen hast können. Dass ja... Keine... Keine Unterbrechung der Kühlkette ist. Und dann hast du erst 100 Erbbeeren. Bei... Ich glaube bei Erbbeeren hast du damals auch so... irgendwas mit minus... Ich glaube 15 oder 10 Grad. Aber da war es nicht so dramatisch. Da bist du an die Rampen rückwärts zurückgefahren. Dann ist da schon jemand da gewesen. Der hat die Kühler Türen aufgemacht. Dann hast du angedockt. Dann hat der die... 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 Die Polster aufgepumpt gleich. Und... Dann hast du laden können. Meist du wahrscheinlich auch überall an der Stelle. So mit dem ja. Jetzt sieht das... Aus. Wir fahren jetzt bis zum Zollhof. Da werden wir jetzt dann verzollen. Da werden wir im Zollhof übernachten. Deswegen habe ich auch... Deswegen fahren wir jetzt auch durch, dass da... In die Schweiz... Dass wir dort in die Schweiz keine Probleme haben. Dass wir eben da durchgefahren sind. Bleibt da nirgends stehen. Und das... Und dann übernachten wir eben. Und dann fahren wir nach Zürich. Abladen. Wahrscheinlich Zugladen. Wo es dann hingeht. Weiß ich nicht. Dann in einem Rutsch wieder raus aus der Schweiz. Also nur zur Information. So die... Die Fahntel, was ich da vorhin in der Hänge habe. Oder den Vorrang. Genauso wie das Tische. Muss im Normalfall... Also das weiß ich nur. Von der Schweiz vorrang. Das muss raus da. Weil sonst zahlst du richtig brutal Strafe. Weil die Schweizer sagen... Alles Sichtbehinderung. Alles raus. Aber ob du jetzt da 6 Mautgeräte vorhin drin hast. Oder nur 2. Das ist einer wurscht. Aber alles andere... Ist... Ist jetzt... Ist... Ist einer... Jeden Euro oder... Jeden Franken wert, dass die Strafen können. So da. Junge bei mir... x2 befreend... Ihr segnymalı hier... W Bushel customers... Ein mal kaputt... ... よう... Jetzt Gott furcht... Im Reinsraum nicht an das schwuss! Aber wie habe ich auch gerne... wieder in der Zeit. Natürlich ist... Pretty... Er, zwei... Notre er, Was krieg ich sonst in so einem Kühler vorhin? verzöhnen ja wenn es jetzt im sommer aus der haus ist es hat beim laden schön kühl weil du kannst natürlich immer den kühler einschalten auf einer leichten temperatur im sommer das kannst du immer machen also ich hab's halt so gemacht also damals der konzern für den was ich gefahren war dem war das egal aber in den kühler jetzt nicht gebraucht hat für die ware in jetzt trocken sortiment von bin oder mehr als wir trocken sortiment von bin oder getränke habe ich den kühler auf minus zwei oder drei grad eingestellt das hat schön kühl bei ihnen das ist ein richtig heißes hummer koppers ist dann so ein richtiger fleisch gewesen ist also von kühl aus und dann so aber dann hüpft es die gleich um die wärme das ist ein abschließender wo man schon mal gefahren sind zürich nur 40 km Jetzt darf man gerade den Hof nicht übersieren. Das ist das Gefreiz, oder? Aber da ist er. Der Punkt. Mein Schwarzfreunde, da ist er ein Punkt. Der Zollhof punkt, hoffe ich mal. So ist ja eigentlich schon schön. Du hast jetzt die neue überarbeitete Schweiz. Man fährt da schön um. Viele Steiner in den Wiesen. Gefällt mir. Haben es gut gemacht. Auch so die Delfeis im Hintergrund. Und da unten der Bagger bei Hülzauwetten. Absolut genial. Lass mal kurz schauen. Ja, der Zollhof ist nach der Tankstelle. Passt. Bis zu den Formen jetzt noch. Das machen wir hier ein bisschen in die Schweiz kommen bei meinem Let's Play. Da kommen wir ja ganz selten hier. Bei den Meisinger Transporte. Das ist jetzt so mehr oder weniger interessant für einen nach in die Schweiz fahren oder nicht. Die Grüße wollen Schweizer Fans raus, die hier schauen. Schweizer Abonnenten. Mal schauen mal, ob wir da ein bisschen mehr für die Schweiz arbeiten können dann. Ich glaube, dies ist nur Holzgebiet. Und da kommen wir jetzt ins neue Gebiet hinein. Jetzt geh ich mal kurz auf die Außenansicht, gell. Mal schauen, schauen wir uns das mal wieder da. Was ist los mit dir, Kratracher? Siehst du das bitte nicht, gell? So, da haben wir jetzt den Zollhof. Das gefällt mir ganz gut. Ah, da hätte ich jetzt nach oben fahren sollen, gell. So frech, wie ich bin, gell. So frech, wie ich bin. So frech, wie ich bin. Können wir uns jetzt da so einherstellen. Wenn die Ängsten mal wissen muss. So, mein Schwarz, Freunde. Da wären wir angekommen am Ende der Folge. Schauen wir uns das mal aus der Außenansicht. So da. Schauen wir uns das mal aus der Außenansicht. Ich finde den Zollhof gut gemacht. Also, man kann da nichts sagen, gell. Warum? Deutschland, Schweiz. Mal schauen, wo da die Speditionsgebäude ist. Dann haben wir uns dann mal zum Verzollen gehen. Und ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Mal in dem Spaß, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann ich gerne abonnieren. Die Glocke hier aktivieren. So, dass wenn es hier bei dem Eisinger Transporte weitergeht, nichts mehr eins versäumt wird. Dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportfreundin. Liebe Sportfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst es mal meinen Leitspruch nicht. Respekt, Kind vom Wort, respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, liebe Sportfreunde, das ist viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.